Die Frage, wo man den Fokus setzen soll und wie viel des Bildes scharf sein soll, kann schwierig sein. Wenn Sie eine Blume fotografieren wollen, müssen Sie herausfinden, warum oder welcher Teil der Blume Ihre Aufmerksamkeit erregt. Welche Merkmale fallen auf? Was ist die Essenz der Blume? Darauf richten Sie Ihren Fokus. Es gibt viele Möglichkeiten. Und es kommt darauf an, was Sie als Hauptmotiv auf Ihrem Foto haben möchten. Ist es die ganze Blüte, ein bestimmtes Blütenblatt, die Mitte der Blüte, eine Linie oder das Staubgefäß? Sie wählen den Schwerpunkt. Wir fotografieren mit einer großen Blendenöffnung, sodass die Schärfentiefe gering sein wird. Das bedeutet, dass der größte Teil des Bildes unscharf ist. Deshalb ist es umso wichtiger, den richtigen Fokuspunkt zu wählen. Es gibt eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich meinen Fokuspunkt wähle. Was fällt auf, was zieht meine Aufmerksamkeit auf sich? Auf diese Weise wähle, nicht ich, den Schwerpunkt, sondern die Blume diktiert mir, wo ich sie platzieren soll. Oft ist es ein bestimmter Teil der Blume, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Blick geht automatisch dorthin. In der Regel ist dies der beste Ort, um den Fokuspunkt zu setzen. Diese Blume zum Beispiel. Wenn Sie sich dieses Bild ansehen, können Ihre Augen, den Linien dieses hinteren Blütenblattes, nicht widerstehen. Dies ist der erste Teil der Blume, auf den das Auge fällt. Das ist also ein sehr guter Ort, um den Schwerpunkt zu setzen. Aber ist dies, der einzige mögliche Schwerpunkt? Nicht wirklich. In diesem Bild liegt der Fokuspunkt auf dem vorderen Blütenblatt der Blume, und das, funktioniert, auch. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Muster auf dem hinteren Blütenblatt, verschwunden ist? Aufgrund der geringen Schärfentiefe sind Sie im Blütenblatt verschwunden. Und Sie fallen in dieser Version nicht auf. Beides sind gute Fokuspunkte. Das zweite Bild funktioniert nur, weil das Muster auf dem hinteren Blütenblatt nicht auffällt. Was passiert nun, wenn ich, das hintere Blütenblatt, austausche? Hier habe ich das hintere Blütenblatt vom ersten Foto. Ich verwische es ein wenig, damit es unscharf ist, aber nicht zu sehr. Ich platziere Sie jetzt hier, auf dem zweiten Foto. Wenn Sie sich das vordere Blütenblatt ansehen, werden Sie feststellen, dass es scharf ist. Sie haben aber trotzdem das Gefühl, dass das Bild, unscharf ist. Die Linien des verschwommenen hinteren Blütenblattes ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Das ist der Ort, an dem Ihre Augen zuerst hinsehen. Und nicht auf den eigentlichen Fokuspunkt. Auf diese Weise funktioniert das Bild für mich nicht. Jetzt scheint der Fokuspunkt falsch zu sein. Vorher war es für mich richtig. Das bedeutet, dass der Fokuspunkt, der Teil des Bildes sein muss, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, lautet also, welcher Teil des Bildes zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich? Das ist der Punkt, auf den Sie Ihren Schwerpunkt legen sollten. Schauen wir uns einige andere Beispiele an. Wenn Sie diese Mohnblume betrachten, fällt Ihnen, eine Kleinigkeit auf. Das sind die kleinen dunklen Staubgefäße in der Mitte der Blüte. Wir machen unsere Bilder mit einer sehr geringen Schärfentiefe. Nur ein sehr kleiner Teil der Blume, kann scharf abgebildet werden. Ich muss nur den Fokus auf diese winzigen Staubgefäße legen. Wenn ich meinen Fokuspunkt etwas weiter vorne, oder hinten ansetze, wird mein Auge immer zu diesem Punkt, hingezogen. Und wenn der Fokus nicht auf diesen Staubgefäßen liegt, habe ich das Gefühl, dass ich den Fokus verpasst habe. Nun stellt sich auch die Frage, wie viel sollte im Fokus sein? Das hängt sehr stark von Ihrem Stil und Ihrer persönlichen Wahl ab. Ich mag die Unschärfe in den Hintergründen. Und wenn ich zwischen einem unscharfen Hintergrund oder mehr Schärfe wählen muss, würde ich mich für den unscharfen Hintergrund entscheiden. Das bedeutet, dass wenn ich den Fokus auf die Mitte der Blume legen möchte, nicht immer die gesamte Mitte scharf gestellt wird. Ich muss also entscheiden, wo ich meinen Fokuspunkt innerhalb dieses Zentrums setzen will. Nun könnte man meinen, dass ich den Schwerpunkt immer auf den vorderen Teil der Mitte legen sollte. Aber das ist nicht immer die beste Wahl. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Die Staubgefäße ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Bei dieser Blume ist der Bereich, der meine Aufmerksamkeit erregt, etwas größer. Und wenn ich den Hintergrund unscharf machen will, kann ich nie den ganzen Bereich scharf stellen. Es stellt sich nun die Frage, ob der Fokus vorne, in der Mitte oder hinten der Blumenmitte liegen soll. Noch einmal, die gleiche Frage. Was erregt meine Aufmerksamkeit? Die Staubgefäße im hinteren Bereich, heben sich, von den Blütenblättern, ab. Und sie verlangen die meiste Aufmerksamkeit. Die Staubgefäße an der Vorderseite, verdecken sich teilweise gegenseitig. Sie erfordern also weniger Aufmerksamkeit. Daher ist es am besten, die Aufmerksamkeit, auf die hinteren Staubgefäße, zu lenken. Hier ist ein Beispiel, bei dem ich mich auf den vorderen Teil der Staubgefäße konzentriere. Sie ignorieren den Teil, der die ganze Aufmerksamkeit, auf sich zieht. Die Schärfentiefe des Bildes, ist dieselbe wie, auf dem vorherigen Foto. Aber dieser hier, scheint nicht so, scharf zu sein. Das liegt daran, dass der Bereich, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, nun mit dem eigentlichen Fokuspunkt konkurriert. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Auch auf diesem Foto, wo ich den Fokus, auf die Mitte der Staubgefäße gelegt habe. Sie haben immer noch das Gefühl, dass ich den Fokuspunkt, verfehlt habe. Legen Sie also, den Schwerpunkt, auf den Teil der Blume, der die meiste Aufmerksamkeit, auf sich zieht. Um es gut zu machen, muss man sich sehr gut konzentrieren. Und reagieren Sie auf den Teil, der diese Aufmerksamkeit erfordert. Es kann, eine Menge Konzentration erfordern, um den richtigen Fokuspunkt, zu finden. Man muss wirklich darüber nachdenken. Oder besser gesagt, man muss spüren, was richtig ist. Wir machen keine Schnappschüsse. Wir schaffen wirklich, ein Bild. Wir müssen uns also Zeit lassen. Es ist oft sehr klar, wo der Fokus liegen sollte. Sehen wir uns einige weitere Beispiele an. Bei diesem Mohnblume, liegt der Fokuspunkt, in der Mitte, der Blüte. Ein bisschen mehr, nach hinten, damit die Staubgefäße besser zur Geltung kommen, und das hintere Blütenblatt, mehr im Fokus ist. Bei diesem Foto habe ich den Fokus auf die Spitzen der Staubgefäße gelegt. Das ist der Teil, der die meiste Aufmerksamkeit erregt. Nicht in der Mitte, oder, weiter unten. Bei diesem Foto handelt es sich um den vorderen Teil der Staubgefäße, zusammen mit dem vorderen Blütenblatt, der zweiten Blüte. Hier bei dieser Anemone, ist die Schärfentiefe sehr gering. Nur ein sehr kleiner Teil ist scharf gestellt. Der Fokuspunkt liegt auf dem hinteren Teil, des vorderen Blütenblattes. Auf diesem Foto ist klar, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist das Staubgefäß. Auf diesem Foto liegt der Fokuspunkt jedoch eher, auf der Kräuselung, einer der Blüten. Eines der Staubgefäße, ist ebenfalls im Fokus. Aber das ist hier, nicht so auffällig. Bei dieser Anemone ist, der vordere Teil, des Zentrums, mein Fokuspunkt. Auch bei diesen Gänseblümchen ist es ganz klar, wo man, den Fokuspunkt, setzen muss. Und manchmal hat man die Wahl zwischen, der einen, und der anderen Blume. Beide Optionen funktionieren. Zwei verschiedene Geschichten innerhalb desselben Rahmens. Zwei unterschiedliche Hauptfiguren. Manchmal muss die Blume nicht einmal scharf sein, um ein interessantes Bild zu erhalten. Wie hier. Konzentrieren Sie sich also auf den Teil der Blume, der die meiste Aufmerksamkeit, auf sich zieht. Bei diesem Foto habe ich, den Fehler gemacht. Mich auf den vorderen Teil, der Blüte, zu konzentrieren. Ich habe nicht falsch fokussiert, sondern meinen Fokuspunkt auf den falschen Teil der Blume gesetzt. Die dunklen Flecken sind die Merkmale, die wirklich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darauf müssen Sie also, Ihr Augenmerk, richten. Das sieht schon viel besser aus. Willst du diese neue Art des Sehens entdecken? Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst diese Art von wunderschönen Blumenbildern erstellen. Hier ist Ihre Chance. Lernen Sie jetzt, wie Sie traumhafte Blumenportraits direkt aus Ihrer Kamera erstellen können. Besuche meine Website und entdecke.